Ich bin gerettet. Mist. Wie Mist? Du Selbstmordfreak, wie lang willst du eigentlich noch all meine Pläne durcheinander brechen? Hast du mir überhaupt zugehört? Du bist unmöglich. Mitten in einem Job sagst du schöner Fluss und springst einfach rein. Was sind denn das für irgendeine Hunde? Mund halten. Was ist denn das denn? Und was ist das denn? Wie schafft ihr es, miteinander zu kommunizieren? Hm? Oh. Oh. Das ist ja ein wunderschöner Balken. Du willst dich doch jetzt hier nicht noch erhängen, oder? Es geht um Gesundheitstraining durch Aufhängen. Was soll denn das sein? Gesundheitstraining durch Aufhängen. Oh Mann. Das war gelogen. Männer zu umarmen ist nicht mein Geschmack. Was ist das? Ich komm ja schon, ich komm ja schon, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Wo ist denn da der Knopf? Ich find den Knopf nicht. Der da? Nun mach schon. Äh, 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 hallo, ja, bitte? Good morning. Sag mal, was soll denn das sein? Rate doch mal. Äh, frähmorgendliche Halluzination? Ich habe gesagt, ich sterbe gleich. Und von allen bekam ich die gleiche Antwort. Sie haben gesagt, herzlichen Glückwunsch. Hier treibst du dich also herum! Du Verbandverschwendungsmaschine! Ich wusste gar nicht, dass du so perfekt Leute imitieren kannst, das ist ja Wahnsinn! Dann bleibt uns nur eins. Sie wollen ihre Fähigkeiten einsetzen. Atsushi, du! Niemals! Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ah! Ja, ich finde nur, dass du das lassen solltest. Denn wenn man stirbt, dann ist man tot. Es heißt doch, wenn man alles zu genau nimmt, dann kriegt man nur unnötige hässliche Falten und wird auch noch schneller alt. Doch, wirklich? Wenn man alles zu genau nimmt, kriegt man unnötige hässliche Falten. Das war gelogen.